diese ruhe dazwischen immer noch nicht eine stunde also was hatte ich jetzt gehabt acht und vier stunden zwölf stunden ja jetzt wieder hell oder es wird gerade so jetzt müssen wir aber mal hier gucken essen ja das sind mehr flüssigkeit aus dem körper das war mir klar direkt meint er trinken ich habe noch was ok ich sollte aber wieder ein bisschen gucken durch was zu trinken kriege so wie viel gewicht habe ich jetzt eigentlich auch guck mal wie schön ist das denn fünf kilo weil ich satt bin das ist auch nicht schlecht da kann ich wieder gut auf tour gehen und sachen zu suchen das eine neben dem auto sieht aus ob da ein wolf sitzt ok warte wieso hatte ich jetzt schlüssel dafür sehr merkwürdig leer heringsmarene ist gegart das andere fleisch war rot deswegen würde ich das jetzt mal mitnehmen dass wir dann schon mal wieder was zu essen haben und nicht so ein energieregel oder so essen müssen die ganzen die flüssigkeit aus dem eine flasche wasserstoffperoxid um wunden zu desinfizieren ist aber nicht mehr so gut würde ich zurück lassen wollen oh sehr gut mikrowelle öffnen mikrowelle schließen kräutertee naja warum nicht ein dosenöffner ja geil nichts 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 ein ofen das haus wäre dann eigentlich sogar fast besser für 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 drinnen leben weil ich meine der ofen ist ein besseres feuer als wenn ich ein lagerfeuer mache ok aber ich glaube sonst war es das hier nur weil hier geht es wieder an ich kann sagen hier geht es wieder raus neuer einfach parker der ist das sieht erstmal so sehr gut aus können wir direkt gucken was ist das sprinten minus ok er ist falsch da habe ich direkt angezogen ja gut uns fehlen noch hier so ein paar hosen irgendwie was ist accessoire solche ringe an also ohrringe oder sowas anziehen glaube ich verstehe ich verstehe es nicht ich denke ich kann es nicht ja nehmen wir auch mit können wir gleich vergleichen die werden wahrscheinlich eher zerlegt ich kann es nicht ich kann es nicht ich kann es nicht eine hose ja auch noch relativ gut erhalten da ist nichts drin was haben wir hier oben noch ein t shirt was wir aber auch schon haben meine ich vielleicht ist es ein bisschen besser oder so keine ahnung schimmeliger schokoriegel äh nee danke bankdresor code nice jetzt bin ich am überlegen nehme ich das mit oder lasse ich es hier weil das obwohl es hat kein gewicht ne wir können schon mal lesen 19 30 08 nimm mal mit kann man mich immer nachlesen das sind wir oben drauf sehr gut und noch ein nähtset nimm mal mitnehmen sehr gut vorhänge komm machen wir diesmal wieder kaputt ich brauche so einen metall splitter nochmal genau wegen sowas der ist nämlich echt nicht mehr gut und ich glaube nicht dass ich den reparieren kann gut vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt für den für die stoff sachen nutzen die ich auch so zerreißen könnte sollten wir noch mal kurz gucken wie in der kleidung hoch was jetzt das ist hier also der war ja der code da guck mal der eine hose ist hier hingegangen so jetzt müssen wir mal gucken die sind schwerer dafür halten die besser die die nässe ab sind ein bisschen wärmer auch ok die kann man auf jeden fall kaputt machen die sind sogar noch mal besser als die anderen sind halt mehr gewicht aber das ist glaube ich nicht so ja obwohl es ist schon ist schon ein bisschen was und die halten halt wärmer ne anziehen so wie sieht es hier aus ja die sind besser dann die anziehen so andere schuhe hatte ich nicht hier hatte ich auch nichts hier hatte ich auch nichts auch nichts Handschuhe nein hier winddichtigkeit Schutz Schutz und Wärme geht hoch hm aber die winddichtigkeit geht halt runter ne ah weil es ein dünner Wollpullover ist ok T-Shirt ja die T-Shirt ist äh selbst so scheiße hier könnte man wirklich überlegen ja obwohl hier Winddichtigkeit ist doch ist doch selber äh selbe Wert warum ist warum geht das angeblich ins negative hm aber den Zustand kann man ja reparieren anziehen so war hier hier war auch was Schutz geht runter wasserdichte hoch winddichte runter wärme hoch hm ne wärme ist aber nicht wirklich hoch hm hm die Winddicht ist halt das Problem ich hab keine Ahnung wie wie sich das teilweise auswirkt Also ich vermute mal natürlich, wenn mehr Wind weht, was irgendwann bestimmt mal passieren wird, dass das dann entscheidender wird. Aber gerade ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Es ist immer so, dass mit der Temperatur ist sie eigentlich gleich. Hier wäre nur die Wasserdichte doppelt so hoch. Dafür geht die Winddichte um die Hälfte runter. Ne, ich bleibe bei dem Pullover. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts anderes. Da haben wir auch nichts anderes. Haben wir nochmal mitzumäßig? Nein. Okay. Okay, okay. Ich glaube... Guck mal, hier haben wir noch Zeitungen, die habe ich vergessen. Ja, die Vorhänge, ich glaube, die kann man aber diesmal lassen. So, kommt man nicht da rein. Magnesium-Fackel. Hier ist nichts. Ich gucke mich immer mal so ein bisschen um, wenn man irgendwas sieht. Aber jetzt ist auch viel eingestürzt. Und da vorne ist sogar die Tankstelle. Ist doch nicht so weit weg. Wie ich gedacht habe. Eben von der Karte ausgesehen. Zum Milton-Geheimversteck. Die du in deinem verlassenen Fahrzeug in Milton gefunden hast. Soll ich mal lesen. Notiz zum Milton-Geheimversteck. Meine Liebe, dieser brummige Idiot von an der Orca-Tankstelle hat die Hintertür offen gelassen. Da habe ich mich reingeschlichen und was mitgehen lassen. Dachte, wir könnten es bei unserer Flucht gut brauchen. Ich kann es kaum abwarten, mit dir aufs Festland zu gehen, damit wir endlich echt zusammen sein können. Wir treffen uns wie geplant morgen Abend. Die Sachen habe ich bei dem großen, ungestürzten Baum im Sumpf hinter der St. Christopher-Kirche versteckt. Du weißt schon, wo wir uns mal getroffen und die Schmuggelware deines Vaters getrunken haben. Okay, das ist das Ding im Norden von der Karte. Oh, nimm mal mit. Durchsuchen. Alter! Ja, es ist schön, wenn irgendwas... Irgendwie eine neue Quest dazugekommen ist, ne? Gehen wir mal hier rein wieder. Also ein bisschen habe ich ja wieder was bekommen, weil ich gerne mal wieder loswerden möchte. So, was haben wir hier? Das war das. Da kann man auch mal die Sachen noch reintun. Den will ich gerne, glaube ich, behalten. Den T kann ich hier reintun. Alle. Den Dosenöffner. Der kommt auch dazu. Das macht Sinn. Das, ne, zurück zu den Kochartikeln, sehe ich nicht. Tue ich gleich woanders hin. Ich glaube, die Fackeln hatten wir schon woanders. Bei den Socken muss ich gleich mal gucken, dass ich nochmal was kaputt mache. Oder ich tue sie hier rein. Wenn das hier sein soll, ist es etwas gwippen. Das war alles. Toups home...